Wir sind hier gerade in einer etwas verlorenen Ecke, da sind Geschwisterchen. Seid ihr lieb? Ein Mädchen und ein Junge? Meist seid ihr lieb. Ganz nett, lassen sie streicheln, sind ein bisschen vorsichtig, haben aber hier hinten auch nicht so viel Kontakt zu Menschen. Hallo Süße. Hi. Hallo Mädchen. Die Welpen da drüben werden alle Menschen nicht drüben, sie sind schon einig in dort. Das Mädchen ist ein bisschen aufgeschlossen, aber sie sind beide lieb. Ganz süß, ganz süß. Ihr seid wirklich nett. Hi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020